Da sind wir wieder Looney Tuesday mit Looney Tunes Back in Action. Auf dem Gamecube das letzte Mal sind wir ja fast verzweifelt an der unklaren Aufgabenstellung in Vegas. Bis auf die Bonusaufgabe haben wir da den Mist erledigt. Keine Ahnung, es hat dann auch gereicht. Jetzt geht es in die Area 51. Foghorns Körper. Jetzt geht es rund, Freunde. Hat das vielleicht was damit zu tun, dass Foghorn Leghorn die ganze Zeit aufgetaucht ist in den anderen Level? Waren es Kloner? Wir wissen es nicht. Vielleicht erfahren wir es. Schauen wir mal. So. Geht klar, unwissende Erdlinge. Ich meine, Kumpel. What? Da, wo wir hinfahren, brauchen wir keine. Straßen. Was ist das? Sowas wie eine Entführung oder was? Da musst du doch sicher hier Dark Doge aus spielen, oder? Wir sollten uns kennenlernen, bevor meine massianischen Invasionsstreitkräfte eintreffen und euren reizenden Planeten in die Luft sprengen. Was meint ihr, Jungs? Hm? Tja, uns fehlt noch einer zum Doppelkopf. Aber wie wäre es mit einer Partie? Lauf um dein Leben, ich fange an. Tut mir leid, das kenne ich leider nicht. Aber wie wäre es mit einer Partie? Mal sehen, wie eine Ente von innen aussieht? Das klingt doch spannend. Woher hat er den Letronium 47 Z schnabelpulverisierer? Er will mich zerlegen! Er will mich zerlegen! Lass ihn nicht meinen Schnabel pulverisieren! Sieh nur! Wir sind frei! Juhu! Endlich hat der Apo mal was richtig gemacht. Alle wagen noch schön und mitternacht schwämmen. Am nächsten Moment werden mir die Schwanzwedern ausgeropft von irgendeinem Pfad. Wenn er mit einem Spucknapp auf dem Kopf... Okay. Oh, dieser Pophorn. Immer musst du dich zum Apo machen. Jetzt hör mal zu. Ich habe nicht vor, für immer in diesem albernen Körper zu bleiben. Also wenn ihr mir am besten helfen könntest... So, ich muss mal kurz was gucken. Moment... Ne, bitte, bitte, bitte! So... Jo, das passt. Äh, ich muss hier nur in technical Sachen gucken. Aber wir suchen jetzt... So, ein bisschen Turn auf die Ohren hier, damit ich auch was davon habe. So. Äh... Wir sollen also... Oh, der ist auch wieder so ein Penner hier. Oh, der schießt! Die Sau! Okay. What the? Oh, oh. Alter! Kontrollpunkt. Oh, hier müssen wir also ständig in Bewegung bleiben mit den scheiß... Typen hier. Hier, reiche Professoren! Und du sagst ja mal! So. So. Mal schön hier alles kaputt machen, ne? Gute Affe! Ach ne, ist vollkommen lecker. Wo ist denn das hier? So. Boing! Ist echt nicht so ein Gewicht in Gold, wie jetzt! Guck mal, da hochspringen. Mit springen haben wir es ja, ne? Wie erinnern wir uns? Das letzte Mal. Das ist eine wahre Goldgrube! Oh! Ja, ja. Hey, schon wieder fünf Cent! soo, kann ich das nicht soo, sind wir hoffentlich hier oh, guck mal hier oben ist ich wiete hier in Silvester da müssen wir natürlich auch mal guck mal hier oben kann man hier oben ich glaube hier na, wir gucken mal hier oben was ist das? ah nice können wir hier noch ein bisschen rumfliegen oder was? komm ich da hoch? warte ja soo die arme Mitte-Tatte hat dir Mittagessen entkommen lassen hey, ein Fünfer ok guck mal hier, ah sehr gut wir können natürlich nicht nachgucken ach, schade ok, dann ja, ich weiß aber noch aber das bisschen Geld scheiß drauf hier da versuch es nochmal ok auch Zeit spielverderber hui na dann schnell rein schnell weg aha gut gut als erstes holen wir mal einen Bugs dazu besuche mich knoppe weißt du, es ist keine Schande, wenn man das Grenzen eingebaut soo 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 ok, dann guck mal gleich aufs Maior oh, 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 oh nee, geh nochmal runter da war doch hier die Granny da, eins war da oben drüber wo wir natürlich auch was verhinkommen was ist denn das? Hilfe! oh oh warum fress ich denn gleich alles weg hier, ey? ne, wir sammeln hier erstmal den ganzen Kram ein Weltraumkostüm für sicher ja ach nee, tatsächlich ich dachte hier Dark Dodgers Kostüm für Davy aber dann aber dann, äh kann ich jetzt auch schießen ja gut ja gut soo ha noch jemand da? da soo gefällt mir das doch schön besser soo gefällt mir das doch schön besser soo soo kann man die Kamera drehen? natürlich nicht richtig soo ah, ich weiß nicht ob das was dort hier soo oder soo oder soo feuern will ich nicht hier ich will mich ja reden hör auf den rum ein zu heimsten hase sicher ich löse dich meine weile ab dafi aber ja ich wollte ja reden ja ich gehe das Kostüm geht aber nicht zurück bei den anderen war es sonst immer eine Zeit begrenzt oh da ist noch Geld ah, jetzt ok schon wieder 15 jetzt gehen wir da nochmal hin quatschen mit der und dann, äh dann müssen wir wahrscheinlich dann oben, ne ja, hallo sie waren noch nie so lange fort ein wiki-vögelchen mit nem klacks mietze-tatzel kommt sofort guuuut aber wir gucken vielleicht das mal ja, da oben, da müssen wir rüber das klau also oben lang mal schnelles Kostüm anziehen hier oh man, bin ich froh, dass meine Mama mich nicht erzogen hat wie ein Spinner rumzulaufen mhm hh huuui dün 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 so so die verschwinden ja nicht die Pads hier Das war die Kamera, ja, ich werde ganz früh, wenn wir das machen. Oh, das ist gut. Ist das noch irgendwo was? Nee, egal. So, da kommen wir noch lang. Hallo Kamera, so, da ist auch noch. Ja, ja, coole Muschi. Na ja, mal gucken ob wir es dann auch brauchen oder nicht. Ja, ich komme ja auch so durch. Das ist auf jeden Fall aus meinem Geld. Das auch noch. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn die Kamera auch funktionieren würde, ja. Ja, da sind zwar auch wieder welche, aber... Ja, da sind zwar auch wieder welche, aber... Hallo? So. Ja, mal gucken ob wir den jetzt weglasern müssen. Nee, es kann gar nicht weglasern. Ringe, V-Groans, Körper, Churk. Nur dann. Dann machen wir das doch. Hier haben wir alles. Wenn du einfach runterfahren, von hier. Alter. Ja, Glückwunsch. Ja. Gut. Das sieht doch... schon mal gut aus. Erstaufgabe erfüllt. Die Marsianer benehmen sich auffällig. Finde raus, was sie im Schilde führen. Guck mal. Ach, guck mal. Alter. Ich hätte ja einfach nur anquatschen müssen. Einstatt zu verprügeln. Dann hätte ich extra Affen gekriegt. Nun ja. Normalerweise kommt man mit Gewalt eigentlich immer weiter. Bei Looney Tunes und hier mit Geld. Das kann ja keiner wissen. Naja, egal. Müssen wir aber umso mehr Geld einsammeln für das nächste Level. Können wir den nochmal reden? Tut mir leid, kleiner Freund. Meine Affen sind zur Zeit leider völlig ausverkauft. Hm. Ich frag mich, ob man mit den kleinen Viechern Geld verdienen kann. Okay. Dein, äh... Voilà. Dann gucken wir doch mal weiter, ja. Suche den Marskern. So, wo sind wir denn? Du bist da. Woholang jetzt? Wieder oben? Stimmt, ja. Moderne Architektur ist ja sowas von kompromisslos. Wir gucken mal hier. Sicher da hinten irgendwo, ja. Ach, da hinten ist jetzt offen, alles klar. Hey, hier ist es gefährlich. Ja, quark nicht rum. So, können wir den Duffy holen. Mal hier. Hey, Pumpe. Es wird Zeit, den Protector mal zu teilen. Aber dran denken, wir brauchen Geld, Geld, Geld. Haben jetzt so einen teuren Affen gekauft. Okay. Okay. Geil, 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 geil. Ich bin reich. Sorry, aber das muss erstmal sein, ja. Wunder. Ich weiß es nicht. Aber wir sollen ja auch mit denen folgen. So. Ich bin ein wilder Stier. Hat jemand eine Superhelden gerufen? Plötzlich entdeckt der große Jäger auch. So. Jetzt gibt's das mal noch. Ja, schön. Oh. Der arme Mieter hatte ihn zwingen. Ihr habt's geschafft. Oh, danke sehr. Wollt ihr mir nicht diesen Affen abnehmen? Ich hab's gedacht, es wäre vielleicht Silvester, diese verblickste Drille. Also, das war doch nicht nötig. So. Haben wir noch ein Affen gekriegt? Lämmen ihn. So. Die Zeit ist eh klar. Trotzdem, was wir alles hier schön einsammeln. Und dann können wir weiter gucken. Gute. Okay. Don. Und dann können wir weiter. Ah. Also doch. Da wehnt ja. Da, 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 da. Da, 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 da. Schön nochmal 50. Versaut. 50 Dollar. Ja. Ja, ja. Quack nicht. Oh, nein. Eine Rennung oder sowas. Das wird doch wieder nichts. Ok, mit A springen wir, ok, haha, ah pleite, ich will wenigstens beschleunigen aber anscheinlich oh, hier gibt es aber auch nicht wohl, lohnt es sich vielleicht auch mehr mal zu fahren, alter da bremst mich ab die Sau, hallo, naja, wir sammeln ein bisschen Geld what the hell, habe ich nur gemacht, damit ich hier an das Geld nochmal komme ok, also, ich sehe, wir müssen ja mindestens nochmal fahren Moment, ich muss mal gucken, kann man hier den auch einen draufhauen ne, sieht nicht so aus, ok, jetzt muss mal gucken, dass wir den auch noch rausweichen hier oder, vielleicht verspringen wir ok, jetzt ist das, was ich hier rum ich hoffe auch nicht mal so schlecht aus alter Ach, ich wollte noch springen hier vor Fluch der Axt Lass mich in Ruhe, du Was? Ey, der hat mich Come on Ey Okay, also Norden rein Wenn ich wenigstens schießen könnte oder so, ja Ach, Mann Ja, und? Lass mich raten, ich muss Platz 1 sein Na dann Auf geht's Du kannst ja nur umstrunnen, Hunde Oh, jetzt komme ich doch nicht etwa wieder zurück Doch Ah, das ist doof hier Warum kann ich da nicht gleich nochmal? Sonst fragst du mich da auch mal 20 mal Ob ich nochmal will Ja, am wenigsten sammeln wir da ein bisschen Kohle bei dem Rennen Ich nehme an, dass dann so 5000 oder sowas kostet Das nächste Level Zum Freischalten Macht das schon Sinn Dass wir hier noch ein bisschen Kohle Jetzt zusammensuchen Ja, komm Quark nicht Ach, zu früh gesprungen, ja Lass mich doch in Ruhe, du Penner Äh, come on, come on, come on Mal Warum? Warum? Ach, da hätte ich aber durchgekommen. Nein, 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 nein. Come on. Alter, das ist wieder so ein Scheiß hier. Boom. So geht das. Mann ey. Wie Bonus-Öffel? So. Das, äh, Tempodrom, Technodrom. Was? Muss ich den jetzt noch fangen, oder was? Ach, ne, der haut ab. Was? Ja, das machen wir aber das nächste Mal. Heute muss nicht so lang sein. Genau. Wir sammeln hier noch ein bisschen Geld ein. Und, äh, dann sehen wir uns nächste Woche beim, äh, Looney Tuesday. Mit den Looney Tunes. Bei den Menschen für den Game Tube. Und, äh, geht's hier eigentlich hin? Muss ich nochmal kurz gucken. Äh, ich hab keine Ahnung. Das gucken wir uns auch das nächste Mal an. So, ja, tschüss. Ich bin gespannt, Bugs auch. Da guckt ihr schon um. Seht ihr das? Verrückt. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.